So, ich begrüsse Sie recht herzlich zu diesem Webinar. Wir haben viel vor, darum würde ich sagen, lassen wir gleich los. In diesem heutigen Webinar geht es eigentlich darum, um durchgängige Geschäftsprozesse in Zeiten von stetigem Wandel. Im Fokus liegen da sicher mal verschiedene Microsoft-Tools, die einem gewissen Nutzen bieten. Von dem, was Sie heute erwarten, sieht es etwa so aus. Da wäre die kurze Agenda. Ich gebe am Anfang ein bisschen wichtige Informationen über das Webinar, die man ein bisschen wissen muss, falls man sich mit Webinars noch nicht so auskennt. Dann sicher mal einen kurzen Blog über, was sind die Herausforderungen, die Unternehmen heute damit zu kämpfen haben. Digitalisierung, stetiger Wandel, fehlende Schnittstellen und so weiter. Im dritten Teil würde ich eigentlich vor allem mal auf die Hauptapplikationen, wo da so ein bisschen im Zentrum stehen, Flow und Logic Apps eingehen und dann gerade konkrete Beispiele zeigen, wie so etwas aussehen kann, wenn man das einsetzt. Am Schluss, als Abschluss noch ganz kurze Takeaways. Was habe ich gelernt dabei, bei dieser ganzen Geschichte und was sollte man sich ein bisschen auf den Weg nehmen, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt. Und dann noch ganz zuletzt, ganz einen kurzen Ausblick auf die nächste CRM Community. Kurz, wer ist der Gastgeber? Mein Name ist Tobias Herzog. Ich bin Projektleiter im Team Prozessmanagement. Ich komme eigentlich aus dem Bereich Cloud-CRM. Ich habe seit 2008 eigentlich immer wieder mit Cloud-CRM-Systemen zu tun gehabt. Seit 2012 bin ich vor allem mit Dynamics-CRM oder Dynamics 365 unterwegs. Ich habe Erfahrungen in diversen Branchen, Bildungsbereichen, Health, Medical Goods, Grosshandel, Dienstleistung, quer durchs Band durch. Und vielleicht zu mir persönlich zu sagen, ich freue mich immer über neue Möglichkeiten. Im Sinn von, wenn neue Tools auf den Markt kommen, neue Arten, wie man Tools kombinieren kann. Und das ist dann auch der Grund gewesen, wieso ihr eigentlich auf das Thema in diesem Webinar gekommen seid. Das werden Sie dann sicher noch sehen, was es da alles für neue Möglichkeiten gibt. Was gibt es während dem Webinar zu berücksichtigen? Das ist eigentlich mal zum einen. Wir haben die Mikrofone von allen Teilnehmern ausgeschaltet. Das heisst, es sollte eigentlich nur mich gehören in diesem Webinar. Dann das Webinar-Menü, das Sie auf der Seite haben am Bildschirm. Das kann man verkleinern, wenn man auf den orange Pfeil oben klickt. Dann hat man nachher ein bisschen besseres Sichtfeld, falls einem das stört. Bei den Fragen ist noch wichtig, dass Sie die eigentlich im Fragen- oder Question-Bereich in der Seitenliste können stellen. Weiter nicht über den Chat, sondern wirklich in dem Questions-Bereich. Und zu der Beantwortung sieht es so aus. Ich habe mir den Raphael Bachmann, der mich unterstützt, versucht, während dem Webinar gewisse Fragen zu beantworten. Ich werde am Schluss, wenn wir Zeit haben, kurz die Fragen anschauen und schauen, ob ich gerade etwas vorzu beantworten kann. Und sollte es jetzt nicht länger oder sollten wir die Antwort nicht kennen, dann wäre eigentlich die Möglichkeit, dass wir via Blog gewisse Fragen im Nachhinein beantworten. Vielen Dank, dann lassen wir doch gleich los. IT und Unternehmen im Wandel, die Grafik, die ich hier habe, die stammt eigentlich aus einem Projekt von uns, das mit Immobilien zu tun hatte und darum ist das Ganze ein bisschen als Haus aufgebaut. Grundsätzlich kann man sagen, Unternehmen, die sind irgendwo aufgebaut auf einem Baugrund, auf den Umweltfaktoren, die halt quasi so eine Basis vom Schaffen legen. Dort oben baut meistens das Fundament auf. Und so ein bisschen Ziel, das die IT meistens im Unternehmen hat, ist dann, Mitarbeiter zu befähigen, dass sie mehr machen können, produktiver zu arbeiten, nicht behindert werden im Schaffen. Oder, dass man die Prozesse im Unternehmen besser erleben kann, dass die durchgängiger sind. Der dritte Punkt wäre, dass man Kunden direkt einbezieht in die Prozesse. Dass man eine gewisse Wandelbarkeit behaltet und sich auch auf neue Anforderungen verändern kann. Und oben drüber haben wir das Dach, dass man das Ganze dann führen kann. Und das sind heute so die Herausforderungen, wo meistens die IT irgendwie um Hilfe stellen kann im Unternehmen und recht gefordert ist. Und wenn man sich das jetzt ein bisschen mit dem stetigen Wandel anschaut, ich habe jetzt da auf der Seite so ein kleines Bildchen, da muss man sich das ein bisschen so vorstellen. Durch das, dass sich Sachen viel öfters und viel schneller verwandeln, ist das so ein bisschen wie auf dem Bild. Man muss sich obendrauf immer wieder ein bisschen ausbalancieren oder verändern, damit man stabil steht auf dem Grund oben. Das ist ja so etwas das, was wir in diesen Projekten immer wieder erleben. Dass im Moment gerade die digitale Transformation, das hat eigentlich auch damit zu tun, dass sich halt ein bisschen Begebenheiten verändern und sich jetzt viele Unternehmen auch ein Stück weit anpassen müssen in ihrem Fundament und wie sie umgehen mit den ganzen Zielen, die man hat. Dass man dann wieder stabil steht und sich auch relativ einfach wieder anpassen kann in Zukunft. Wie kann die IOZ dabei helfen oder wie versuchen wir dem zu begegnen im täglichen Geschäft? Wir setzen hier auf die Produktpalette von Microsoft, die sehen wir unten durch mit ganz vielen verschiedenen Tools, mit dem Hauptfokus auf Cloud-Produkte. Darauf oben haben wir eigentlich verschiedene Teams. Ich gehe jetzt mal auf die vier unteren ein. Die IT-Services, die sich eigentlich um Installationen, um die IT als Basis kümmert. Prozessmanagement, wo es darum geht, Prozesse zu optimieren, zu automatisieren, abzubilden. Dann haben wir das Team Collaboration Communication, wo es darum geht, Mitarbeiter untereinander besser arbeiten zu lassen. Und schlussendlich noch die Management-Systeme. Und in all diesen Bereichen sind wir eigentlich für Sie da, wenn es darum geht, Analyse, Beratung, Entwicklung, Realisierung oder das Betreiben und das Helfen schlussendlich. Wenn wir das wieder ein bisschen mit dem vorherigen Bild übereinbringen, und nachher haben wir eigentlich das Wandelbar-Bliebe, versuchen wir durch die modernen Tools von Microsoft und vor allem aus der Microsoft Cloud, können bereitstellen. Wir haben IT-Services, die helfen, das Fundament zu schaffen, die Installationen für die IT zu machen. Wir haben das Collaboration-Team, das dort Hilfe stellen kann, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu befähigen, dass die untereinander mehr erreichen können. Das Prozessmanagement-Team ist sicher dort, wo so ein Prozess-Lab am Kunden einbeziehen geht. Und darüber, wenn wir das Management-System haben wollen, dann ist dort eigentlich unser Team auch bereit. Heute ist eigentlich im Fokus sicher mal Microsoft Cloud. Im Fokus stehen zwei Produkte drin, zu denen komme ich dann noch. Und vor allem auch Prozessmanagement, weil es halt um Prozess geht in dem Ganzen. Kurz gesagt, was wünscht man sich? In der IT ist es eigentlich meistens das, die eierlegende Wollmilchsau. Das heisst, man möchte gerne ein System für alles. Die Vorteile sind natürlich klar, man hat einen relativ geringen Koordinationsaufwand dort drin. Man braucht nicht irgendwie eine Schnittstelle zwischen Zeitverschätten und Systemen und so weiter. Es ist wahrscheinlich auch günstiger, als wenn man ganz viele verschiedene Systeme betreiben muss. Und wenn man sich das jetzt als, ich sage jetzt mal, ein Tier in einem Stall vorstellt, dann ist es eigentlich auch platzsparend, weil man nicht ganz viele verschiedene Server braucht für verschiedene Systeme, sondern man hat eigentlich ein System, wo das da offen läuft. Das sind ideale Voraussetzungen für durchgängige Prozesse. Sie können sich vorstellen, wieso das ideale Voraussetzungen sind. Jetzt entspricht das nicht ganz dem, was wir eigentlich immer wieder antreffen, wenn wir mit Kunden zu tun haben, sondern das sieht eigentlich immer anders aus. Man hat zum einen vielleicht ein ERP-System vorhanden, ein Tool für Collaboration und Document Management. Häufig vorhanden oder in der Einführung ist ein CRM-System. Und meistens findet man auch irgendwo ein Marketing-Automatisierungstool, das dort eine Rolle spielt. Sie können sich vorstellen, das ist ein bisschen für durchgängige Prozesse eine schwierige Voraussetzung. Ganz einfach, erstens mal platzsparend ist es nicht, wenn man für alles muss einen eigenen Stall haben. Preiswert, wenn man verschiedene Systeme mit verschiedenen Lizenzen betreiben muss, ist auch nicht optimal. Sie können sich vorstellen, der Koordinationsaufwand, wenn man die verschiedenen Tools miteinander reden will, die verschiedenen Systeme, dann ist man auf relativ viele Schnittstellen angewiesen, die immer auch mit Kosten verbunden sind. Jetzt könnte man sagen, ja, man könnte Trübsal blasen, wir sind noch nicht in der schönen neuen Welt, wo alles in einem System drin ist. Aber ich würde da eigentlich sagen, es ist nicht Hopfen und Malz verloren. Aus meiner Sicht ist das Argument mit platzsparend, wenn man jetzt mit Cloud-Tools zu tun hat, eigentlich nicht so schlimm, weil in der Cloud gibt es genug Platz für verschiedene Systeme, man muss sich ja nicht um die ganzen Server und so weiter kümmern, die im Keller stehen. Preiswert, wenn man die Sachen, die man mit Lizenzen bekommt, effizient nutzt und für verschiedene Sachen nutzt, sind die Cloud-Arbot auch sehr preiswert. und der Koordinationsaufwand, und da kommen wir jetzt gerade dazu, der ist bis jetzt manchmal ein bisschen schwierig gewesen, man hat mich fixe Schnittstellen zwischen den einzelnen Systemen hinzubauen. Schön wäre es da eigentlich, wenn man in der Mitte jemanden hätte, der einem das Ganze ein bisschen koordiniert untereinander. Und auf dem an würden wir uns jetzt ein bisschen fokussieren, weil das sind eigentlich die beiden Tools, die ich genannt habe, das wäre Flow und Logic App. Das sind eigentlich die Tools, die die Rolle von dem Man in the Middle einnehmen, die die ganzen Tools miteinander verbinden können und miteinander koordinieren. Wenn man das IT-technisch ein bisschen anschauen würde, dann würde das ein bisschen so aussehen, man hat vielleicht oben ein ERP-System, man hat ein SharePoint, man hat Dynamics 365 vielleicht für den CRM-Bereich und Mailchimp für den Marketing-Bereich. Und da ist es eigentlich so, dass man jetzt die beiden Tools, Flow und Logic Apps, in der Mitte hätte, wo könnte gewisse Schnittstellenfunktionen zwischen diesen Tools übernehmen. Vielleicht kurz, wie funktionieren die beiden Tools, damit man sich das vorstellen kann. Das geht um die sogenannte Trigger and Action. Das heisst, man hat einen Auslöser im einen System. Das könnte jetzt als Beispiel, wenn im SharePoint ein neuer Liste eintragen, erstellt wird, in irgendeiner Liste, dann wird als Aktion im anderen System etwas ausgeführt. Das heisst, jetzt da könnte zum Beispiel ein neuer Datensatz in Dynamics 365 angelegt werden. Das klingt jetzt da relativ simpel, aber wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie das plötzlich zwischen ganz vielen verschiedenen Tools machen können, dann ergänzt sich daraus relativ schöne Kombinationen. Microsoft sind nicht die Ersten, die mit so einem System arbeiten. Da gibt es eigentlich andere Vorräte, die schon viel länger am Markt sind, wie zum Beispiel Zapier. Die gibt es schon lange, die haben sehr viele Konnektoren. Aber was da jetzt sicher speziell ist bei Flow und Logic Apps, das ist erstens gerade integriert in die Microsoft Cloud. Man kommt teilweise gerade schon mit, über wen man die richtige Lizenzen hat und es bietet auch gute Konnektoren zu den Microsoft Tools. Das sind eigentlich die Vorteile. Und jetzt, wie gesagt, stellen Sie sich vor, Sie haben etwa 150 verschiedene Konnektoren und können da zwischen denen verschiedene Aktionen automatisieren. Dann ergänzt sich doch die ein oder andere spannende Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier zwei ganz einfache Beispiele drin. Die Shotform ist ein Dienst, wo man einfach ein Webformular machen kann, wo man auf die eigenen Webseite einbinden kann. Stellen Sie sich vor, wenn dort jemand etwas einträgt auf so einer Webform, dann wird das automatisch in einer SharePoint-Liste gespeichert. Das ist eine häufige Anforderung bei vielen Unternehmen, dass man eigentlich die Sachen, die über Webseiten reinkommen, gerade in ein weiteres System übergibt und dort weiter bearbeiten kann. Andere Variante wäre zum Beispiel diese hier. Wenn in Dynamics 365 oder im CRMN ein neuer Datensatz angelegt wird, dann wird automatisch ein SMS versendet über Twilio. Das ist ein SMS-Versenddienst. Auch das eine sehr spannende Kombination. Das sind jetzt wirklich sehr einfache Beispiele hier drin. Die weiteren Beispiele, die ich jetzt eigentlich dazu bekomme, das sind sicher solche, die schon ein bisschen komplexer sind, aber nicht unbedingt mega komplex. Ich möchte zuerst aber noch schnell auf das Thema kommen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Flow und Logic Apps oder was sind Gemeinsamkeiten? Wieso gibt es da zwei Tools? Es ist eigentlich so, dass Flow auf die Basis von Logic Apps gebaut wurde. Das heisst, das eine baut auf dem anderen auf. Sie haben beide den gleichen Workflow-Designer, um die Systeme miteinander zu verknüpfen. Und Konnektoren, die in der einen Anwendung funktionieren, können auch in der anderen funktionieren. Das können, habe ich extra unterstrichen. Das muss man manchmal ein bisschen zwischen den Zielen lesen bei den Systemen. Das heisst, nicht sie müssen alle in beiden Systemen funktionieren, aber sie können. Also ich habe auch gewisse Unterschiede gefunden in den Konnektoren, die vorhanden sind zwischen diesen beiden Tools, aber es sind relativ geringe Unterschiede. Was sind Unterschiede? Ich habe da zum einen mal für Zielgruppen, ist eigentlich Flow mehr so gedacht für den Büroanwender und für den Power User, während dem Logic Apps mehr für den IT Professional und den Entwickler gedacht ist. Bei den Szenarien ist Flow mehr angedeckt für so ein Self-Service, dass man sich für sich selber etwas automatisiert oder kleinere Sachen für so ein Unternehmen automatisiert und bei Logic Apps geht es dann wirklich mehr um wichtige Anwendungen im Unternehmen, dass man die auf Logic App abbilden würde. Workflow Designer, wie gesagt, das ist eigentlich die Browser-Version, sieht bei beiden praktisch gleich aus. Unterschied bei Flow gibt es eine Mobile App, wo man die Sachen auch auf der Mobile App gleich klicken kann und bei Logic Apps gibt es eigentlich ein einbindiges Visual Studio für die Entwickler, dass die Daten gut schreiben können. Bei der Entwicklung gibt es auch ein bisschen Unterschiede, das eine, da tut man eher so ad hoc im Produktivsystem in AVO Workflows aufbauen und beim anderen ist es wirklich so, dass man halt einen Entwicklungszyklus hat, wo man kann im Testsystem, Entwicklungssystem, Produktion, und man hat auch eine Quellcode-Ansicht, wo man dann halt wirklich auf Programmierer-Level kann die Sachen besser anschauen. Und ein anderer Unterschied wäre im Pricing. Dort ist es so, dass Flow basiert eigentlich auf einer Benutzerlizenz, wo man pro User pro Monat zahlt und Logic Apps steht eigentlich pro Transaktion oder pro Aktion, wo ausgeführt wird, zahlt man dort. Das Pricing ist so, ich würde am Schluss dort noch darauf zu kommen, wenn wir Zeit haben und sonst könnte man das auch irgendwie bei uns auf dem Blog veröffentlichen, das sind ja Sachen, die man überall nachlesen kann. Das erste Beispiel, das ich zeigen möchte, stammt eigentlich aus unserem eigenen Haus bei der IJZ, und zwar das Einholen von Kundenzufriedenheit ist bei uns 1.0 vor etwa einem halben Jahr so gelaufen, dass man nach einem Projektabschluss gesagt hat, man möchte die Kundenzufriedenheit einholen. Beim Kund war er zufrieden mit dem Projektleiter und die Antworten eigentlich auswertet, um zu schauen, ob wir eine gute Arbeit abliefern. Funktioniert hat das, ich sage jetzt mal ein bisschen altpacken, der Projektleiter hat bei Projektabschluss ein Word ausgefüllt und daraus ein PDF gemacht. Das PDF hat er am Kund zugeschickt via E-Mail, der Kund hat es ausgedruckt, hat es von Hand ausgefüllt, um die Frage zu beantworten, die da drauf waren, hat es einscannt und per E-Mail wieder zurückschickt. Und dann ist es per E-Mail oder intern wie auch immer, ist es dann eigentlich die Person, die die Sachen gesammelt hat und dann ist es entweder in Excel oder in PowerPoint ein Reporting erstellt worden, von Hand. Sie können sich vorstellen, die Chance, dass der Projekt reibungslos durchläuft, ist relativ klein. Häufig hat es dann auch Unterbrüche gegeben oder ist es gar nie bis zum Schluss gekommen. Es haben Antworten gefehlt, manchmal sind sie nicht eingetragen worden. Durchlaufzeit, wenn sich alle Parteien in dem Prozess in der Mühe geben, das ist mindestens etwa eine Stunde, weil man muss einscannen, wieder verschicken, ausfüllen usw., das war eine relativ mühselige Geschichte. Wir haben gesagt, wir können das mal ablösen, haben das umgebaut, die Version 2.0, der Projektabschluss, der findet immer noch statt, man tut jetzt einfach im Dynamics-Serum innen, tut man eine Einladung für eine Umfrage verschicken, die geht an den Kunden, der Kunden füllt den Online-Server hier aus, die Antwort kommt gerade zurück und kann im CRMN ausgewertet werden. Das ist der aktuelle Stand, wie das heute bei uns läuft. Und dann ist irgendwann Flow und Logic ins Spiel gekommen. Man hat sich aber überlegt, jetzt fährt man ein bisschen zu träumen. Grundsätzlich ist das schon mal eine gewaltige Verbesserung gegen früher. Teilweise ist der Prozess so, wenn er jetzt hier steht, 5 Minuten, dann ist der durch, hat man die Antwort auf dem Kunden. Man fährt jetzt ein bisschen an träumen, wie könnte man das noch ein bisschen erweitern. Da wären wir jetzt bei der Version 4.0. 3.0, von dem redet ja eh niemand mehr. Darum, die Version 4.0 ist dann eigentlich so gewesen, wenn man schon eine gute Arbeit abliefert, dann soll man auch stolz sein und sich darüber freuen und die Info teilen. Das heisst, tu Gutes und sprich darüber. Und das Beispiel ist jetzt eigentlich da die Erweiterung, dass man sagt, ja, wenn so eine Antwort reinkommt im CRM, dann kommt eigentlich zuerst gerade mal eine Anfrage an den, die die Umfrage verschickt hat. Wöchst du die gute Nachricht im Unternehmen teilen, ja oder nein? Nein? Und wenn er ja sagt, dann wird das gerade auf IEMR im Unternehmensnetzwerk veröffentlicht. Wie sieht das aus? Ganz einfach, das ist unser CRM-System, man kann dort auf eine Kontaktperson eine Survey-Activity verschicken. Der Kunde bekommt eine Online-Umfrage, die er schnell ausfüllen kann und unten auf Senden drücken. Die Antwort kommt ins CRM, man sieht gerade, was da geantwortet worden ist. Der Urheber, der eigentlich die Einladung verschickt hat, bekommt ein E-Mail und dort drin hat es zwei Knöpfe, wo er kann sagen, ja, ich möchte gerne die gute Nachricht, dass wir jetzt da eine gute Antwort bekommen haben, möchte ich gerne in IEMR teilen oder ich möchte nichts damit machen. Er hat auch da die Möglichkeit, gerade via Link auf die Response zu springen im CRM, das ist eigentlich alles miteinander verknüpft. und schlussendlich kommen dann die ganzen Informationen ins IEMR rein. Das heisst eigentlich, man hat zwei, drei Klicks beim Versenden der Umfrage und man hat noch einen Klick zum sagen, ob man will, dass das im Unternehmensnetz geteilt wird und mehr Interaktionen braucht es eigentlich in dem Ganzen nicht. Etwas habe ich noch vergessen, das Reporting darf ich natürlich auch nicht fehlen. Das wird dann in der NMX-CRM halt sicher möglich sein, dass man dort das Reporting macht, wenn es in welche Umfragen reinkommen. Das wäre der Zeitpunkt, wo ich würde sagen, ich komme mal ein bisschen weg von den Slides und ich gehe mal ins System rein und schaue, wie das aussieht. Ich würde jetzt in dem Fall würde ich jetzt gerade ins LogiCab oder ins Azure-Portal einsteigen, das heisst die Logic-App ist Bestandteil von Azure und ich muss zuerst auf das Azure-Portal, um dort so Logic-Apps zu erfassen. Ich würde jetzt gerade da rein gehen. Ich bin da in unserem Azure-Portal kann sein, dass es ein bisschen Verzögerung gibt mit den Bildern und dem Ton. Ich sehe das teilweise nicht ganz so gut, wie schnell die Folien rein springen. Ich sehe nur, dass es ein bisschen Rückstand hat. Darum versuche ich ein bisschen längsamer zu reden. Wir haben da innen ganz viele Sachen in Azure, die verschiedenen Dienstungen aufschalten und ein Punkt da innen wäre die Logic-App, die heisst Survey Response zu jämmern. Hierin hat man einen kurzen Überblick über wann sind die Automatismen abgelaufen, wann sind sie übersprungen worden. Man hat darüber Informationen und kann hierin die Logic-App bearbeiten. Da sieht man jetzt den Ablauf. Der oberste ist immer den Trigger. Das ist der, der das Ganze auslöst. Da drin wäre das, wenn ein Datensatz erstellt wird in Dynamics CRM. Wenn ich das aufmache, dann sieht man da verschiedene Sachen. Zum Beispiel um welche Organisation handelt es sich und um welche Entität geht es eigentlich in Dynamics CRM und wie häufig soll die Abfragtüre geführt werden. Dann haben wir unterdran ganz viele Schritte, wo ich mir die nötigen Daten aus dem CRM heraushole. Zum Beispiel um welchen Kontakt handelt es sich. Wer ist der Benutzer, der das Ganze gestartet hat. Welche Firma hängt dahinter und um welche Umfrage geht es sich. Weiter unten kommen dann noch die Checks umfragt. Handelt es sich wirklich um eine Zufriedenheitsumfrage oder ist es eine andere Umfrage? Dazu kann man Stück für Stück jeden Fall durchspielen und zeigen, was dann nachher passieren soll. Ich gehe jetzt einen Schritt hinführen. Und zwar mache ich verschiedene Sachen auf. Wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind, in dem Fall wäre es zum Beispiel, wenn sich der Kunde als zufrieden gemeldet hat, dann gibt es am Schluss eine Genehmigungse- E-Mail und wenn das mit positiver Antwort zurückkommt, dann wird ganz am Schluss eigentlich eine Yammer-Nachricht gepostet. Jetzt können wir uns noch schnell die Yammer-Nachricht anschauen. Da kann man dann wirklich eigentlich für die verschiedenen Felder, wo es in so einer Yammer-Nachricht oder in so einem Yammer-Post gibt, kann man dann den Text zusammenbauen mit Bestandteilen aus vorherigen Schritten eigentlich direkt. Das ist eine ziemlich coole Geschichte, weil man einfach als vorherige Schritte Daten verwenden und die wieder weitergeben in irgendeiner Form. Was ich vorhin noch gesagt habe, man hat hier eine Code-Ansicht, das heisst für den Entwickler gibt es auch noch die Ansicht, dass er direkt im Quellcode arbeiten kann. Die sehen wir jetzt in dem Moment auch. Vielleicht von den Vorteilen komme ich dann ganz am Schluss noch schnell zu sprechen. Manchmal bin ich eigentlich noch froh um die Ansicht. Ja, man hat auch noch ganz viele andere Möglichkeiten hierin. Wenn wir hier noch zurückgehen auf das Portal von Azure, dann haben wir verschiedene Varianten. Man sieht es hier auf der linken Seite. Man hat gute Protokolle, man hat unter anderem auch Versionierung von dem Ganzen. Wenn man Änderungen macht, kann man sich frühere Versionen wieder und es gibt auch umfangreiche Überwachungstools für zu schauen, was da alles gegangen ist. Ich mache jetzt so alles an der Porte. Ich würde an dieser Stelle weiter zum nächsten Beispiel, wo man mehr in Details hineingeht und das auch wirklich mal laufen lassen. Das nächste Beispiel ist ein anderer Prozess ist gebaut auf Flow aber wie gesagt, die Tools sind sich ähnlich mehr vom Hintergrund unterscheiden sich. Dann gehe ich zurück zu den Slides. Das zweite Beispiel, das ich vorbereitet habe, das geht um Innovationsideen oder Produktverbesserungen oder Unternehmensverbesserungen. Das kennt man oft, ich habe das früher auch antroffen. Die Idee ist einfach, dass jeder im Unternehmen irgendwie Ideen hinein gibt. Die werden dann bewertet von einem Gremium und wenn es gute Ideen sind, umgesetzt. Die Businessanforderungen, die ich dazumal bei einem Kunden hatte, die haben wie folgt ausgesehen. Jeder im Unternehmen soll Innovationsideen einreichen. Es muss einen einfachen Qualitätscheck durch den Innovation Prozess auch stattfinden, dass der kann sagen, das geben wir jetzt als Gremium weiter oder das geben wir nicht weiter. Dann haben wir den Prozess selber vom Bewerten und der Entscheidungsfindung soll in einem passenden System abgebildet sein. Das heisst, man will einen geführten Prozess, man will Aktivitäten tracken und man will gerne über den Prozess Fortschritt Bescheid wissen und vielleicht auch mobil darauf zugreifen. Es soll keine manuelle Schnittstelle geben und wenn möglich keine Excel-Liste. die Anforderungen dazumal sind noch schwierig zum Erfüllen gewesen. Heute mit Flow gibt es sicher gewisse Möglichkeiten das zu machen. Ausgesehen kann das wie folgt, man hat obendrauf die Eingabe von Idee, Qualitätscheck, Bewertung, Entscheid und Kommunikation über den Entscheid am Schluss. und das könnte man jetzt zum Beispiel sagen, man nimmt als Eingabe von Idee, macht man in SharePoint, weil dort die meisten Leute darauf Zugriff haben, weil es häufig eine Internetlizenz dafür haben. Dann der Qualitätscheck passiert via Approvals, das ist ein fixer Bestandteil von Flow, das werde ich eben auch schnell zeigen. Dann Bewertung und Entscheid findet in Dynamics CRM oder Dynamics 365 statt, das ist eigentlich gut geführte Prozesse fürs Activity Tracking und das Management, also die, die entscheiden, die haben meistens dort auch Zugriff darauf. Kommunikation, da müssen wir nichts Neues erfinden, nehmen wir einfach Outlook, weil das bestehende Kommunikationsmittel im Unternehmen ist. Jetzt hier steigen wir ein bisschen früher ein, da zeige ich nicht einfach nochmal Slides, sondern da würden wir wirklich gerade trainieren in die ganze Geschichte hinein. Ich fahre zuerst so an, dass ich einfach mal zeigen, wie wir einen neuen, einen jungfräulichen Flow aufbauen und ich wechsle den relativ schnell mal auf den, den ich eigentlich vorbereitet habe. Die Basis von dem Ganzen ist eigentlich jetzt eine Liste in SharePoint. Ich habe hier Innovationsidee genannt und man kann da einfach neue Items hinzufügen. ein Flow wie gesagt ist Bestandteil von Office 365. Das heisst man kann eigentlich über die Navigation von Office 365 kann man dann auf Flow wechseln und sagen ich möchte gerne mal meine Flows anzeigen und da kann man dann auch sagen ich möchte gerne einen neuen von Null eigentlich einen neuen Flow anlegen. Das mache ich jetzt da mal schnell. dann muss man eigentlich auswählen einen Trigger irgendetwas was das Ganze auslöst. In unserem Fall wäre das mal SharePoint und da kann man sagen das soll ausgelöst werden wenn ein neues Item in SharePoint entsteht. Hier gebe ich dann eigentlich an was ist der Name von dieser Website und ich darauf zugreife und wie heisst die Liste. Die müssten wir uns noch schnell holen. Ich entschuldige mich für das Hin und Herkumpel hier. Das kann mit der Verzögerung zusammen fast einen Sturmkopf geben. So. das heisst ich gebe die Webseite ein und dann zeigt es mir auch schon an welche Liste es dort drin gibt. Das wäre die Innovationsidee und so habe ich eigentlich schon den ganzen Trigger konfiguriert was das Ganze auslöst und ich kann jetzt sagen ich möchte den nächsten Schritt hinzufügen. Das wäre dann in dem Fall eine Action oder eine Kondition die dann irgendetwas prüft. Ich sage jetzt einfach ich möchte gerne einen Approval Schritt dingebauen. Und so sieht man so kann man eigentlich relativ ich sage jetzt mal explorativ kann man mal anfangen und da anfangen solche Prozesse zu bauen und dann ausprobieren wie die ganzen Sachen laufen. Jetzt wäre da der Connector Approvals das ist wie gesagt ein Bestandteil von Flows wo es darum geht irgendjemand um seine Genehmigung zu fragen den kann ich da einfügen jetzt muss ich dem einen Titel geben am besten nehme ich einfach den Namen der Idee die eingebaut wurde aus Sharepoint zum Beispiel da und dann ist die Frage wem würde ich der gerne zuweisen die Genehmigung in dem Fall ist es der Qualitätsverantwortliche jetzt in meinem Demosystem gibt es eigentlich nur einen Demo-User darum muss ich verstehen und dann habe ich die Möglichkeit immer noch irgendwie einen Text hinzuzufügen oder einen Link der dort Rolle spielt und so sieht man das ist relativ einfach um das mal aufbauen das mit dem relativ einfach muss man einfach wissen man muss schon ein bisschen Bescheid wissen über die verschiedenen Systeme dass man sich da innen auch zurecht findet ich würde jetzt von der Stelle würde ich jetzt eigentlich gerade in die ich vorbereitet habe überspringen damit wir nicht zu viel Zeit verlieren wir haben da schon eine Flow Innovationsidee man sieht hier eine Zusammenfassung was es schon alles für Runs gegeben hat wenn der gelaufen ist man sieht hier oben was für Tools kommen und ich kann den auch editieren und der Designer ist immer noch genau der gleich und da ist es wirklich so ich habe den so aufgebaut eine neue Innovationsidee kommt rein es findet Qualitätscheck statt wenn der Qualitätscheck ok ist dann wird ein neuer Datensatz in der MxCRM angelegt wenn der Datensatz einen gewissen Status erreicht also wenn er genehmigt worden ist im CRM dann passieren da unten eigentlich weitere Schritte wenn der angenommen worden ist oder abgelehnt worden ist wird dann eigentlich das Resultat zuerst mal zurückgemeldet oder die Liste in SharePoint und wenn er angenommen worden ist dann schickt man eigentlich noch eine E-Mail an den der ursprünglich die Idee aufgeht dass eigentlich all die Schritte stattfindet und so würde ich das eigentlich gerne schnell durchspielen dass das auch wirklich funktioniert jetzt muss ich den Daumen drücken alle die 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 zuhören bitte den Daumen drücken ich habe hier die SharePoint Liste ich würde sagen ich führe hier mal eine neue Idee hinzu sage zu dem neue Workflows für Verkauf da könnt ihr eine Beschreibung Beschreibung der Anforderungen und ich das einfach mal speichern das ist noch nicht schön poliert das hat noch ganz viele Felder aber die Felder werden eigentlich alle vom System ausgefüllt schlussendlich gut ich das mal speichern und jetzt müsste eigentlich im Hintergrund der Trigger ausgelöst werden das heisst ich gehe zurück auf die Flow Plattform schaue mir die Flows an und da sieht man jetzt eigentlich schon da hat jetzt einen der am Laufen ist unten in der History innen Running da sieht man schon da ist einer drin man kann den auch nachverfolgen in welchen Schritt das sich befindet logischerweise müsste es eigentlich dem Qualitätscheck hängen geblieben sein weil jetzt muss eigentlich zuerst der Qualitätsverantwortliche sagen ob das eine Idee ist die als Gremium übergeben werden und das haben wir gesagt das funktioniert auf Approvals in Flow innen dazu gehe ich schnell ein Tab über Approvals ist wie gesagt ein Bestandteil von Flow es gibt für das eine Mobile App wo man sich die Approvals anzeigen lassen und es gibt jetzt auch im Browser ein Dashboard was muss man alles bewilligen wenn ich schnell Refreshen tue dann sieht man wahrscheinlich auch dass der auftaucht von dieser Innovationsidee das wäre der ganz rechts hin und ich als Approver kann sagen finde ich eigentlich eine gute Sache ich möchte die gerne annehmen dann dann geht dann geht auf schnell kann wir auch in SharePoint springen per Link zum den Datensatz genau anschauen da ist eine kleine Zusammenfassung von was geht es überhaupt und ich habe noch einen Kommentar hinterlassen sagen jetzt mal geniale Idee wird am Komitee weitergeleitet so ich tue das bestätigen und jetzt kann eigentlich der Workflow im Hintergrund weiterlaufen was jetzt passiert ist in der Zwischenzeit zum einen der Kommentar den ich dahinter lassen ist in SharePoint gelandet da können wir schauen in dieser Liste müsste unter Status und Kommentar wenn ich das aktualisieren müsste hier etwas auftauchen das heisst zum einen ist der Status Prüfung durch Komitee mein Kommentar den ich eingegeben habe ist in der Liste erfasst und ich könnte auch mit dem Link direkt ins CRM springen vorausgesetzt ich habe eine CRM Lizenz was natürlich auch passiert ist wenn es einen Link gibt dann heisst das auch dass und für das würden wir jetzt eigentlich ins CRM gehen hierinne habe ich eigentlich auch im Voraus ein Objekt angeleitet oder eine Entität die Innovationsidee wenn ich hier die Liste erneuere dann taucht jetzt hier die Idee auf die wir in SharePoint eingegeben haben ich öffne die kurz und habe hier den Prozess für das Management und Komitee wo sie eigentlich oben ran durch den geführten Prozess gehen Sie können mal sagen Sitzungsdatum wir behandeln das in der Sitzung am 31 dazu brauchen wir GL und IT und den Verkauf da können wir einen Schritt weiter gehen die Bewertung von dem Ganzen das würde während dem Meeting stattfinden man kann sagen das ist eine wirtschaftliche Idee also das ist ein Zahl Beispiel ihr könnt auch noch Budget können sie sich irgendetwas vorstellen da ist man wirklich frei in der ganzen Geschichte wichtig ist auch wir könnten die Aktivitäten E-Mails anhängen das ist alles möglich weil das Standard Funktionalität funktionieren und wichtig ist am Schluss der Entscheid mit dem Kommentar wird durch IT umgesetzt und zwar sagen wir dann vielleicht noch bis wenn und können dem entscheidenden Status geben als angenommen und sobald ich das speichere geht der Workflow wieder weiter im Hintergrund was jetzt passiert ist eigentlich wenn wir zurück gehen auf die Liste hier in Sharepoint dann wir die schnell aktualisieren da sieht man schon da erstens mal der Status hat sich verändert auf angenommen der Kommentar ist der der direkt aus dem CRM kommt vom Gremium wird durch IT umgesetzt bis Ende 2017 und wenn ich jetzt noch würde die E-Mails reingehen von mir dann ist da hinten auch ein E-Mail auftaucht der eigentlich heisst der Entscheid wurde angenommen mit dem Kommentar usw. das heisst der ganze Workflow ist reibungslos durchgelaufen und in dem Sinn von vier Systeme quasi von einem zum anderen kommt das wäre der Teil meiner Demo ich schaue mal schaue ob ich noch irgendwelche Slides verpasst habe genau wir haben vor allem die Sachen die ich gelehrt habe in der ganzen Geschichte wo ich die Sachen konfiguriert habe ich schalte negativ und positiv aufgebaut was einfach sicher der Fall ist man hat relativ viel Trial und Error also ich habe relativ viel probieren starten verändern und wieder neu anfangen das ist relativ viel der Fall war es trunke mich aber eigentlich normal bei solchen Workflow Geschichten dass wir das relativ häufig durchspielen der Punkt 2 ist so dass Dokumentation von Konnektoren von Funktionen die ist im Moment und darum ist dann auch besonders viel Trial und Error gefordert weil man nicht auf einfache Art und Weise anlesen wie gewisse Sachen gemacht werden dann vielleicht das mit dem Power User oder Business Anwender das ist ok wenn man ganz einfache Flows machen das Beispiel wäre ich möchte ein SMS bekommen wenn mein Chef mir eine E-Mail schickt das ist relativ einfach zu machen das könnte jeder machen in dem System aber komplexere Geschichten die erfordert schon mehr IT Know-how und vor allem das Know-how von den einzelnen Systemen weil man gewisse Sachen in den Systemen weg legen dass das richtig funktioniert der Workflow Design ist eigentlich schon mal gut einfach mal an spontan probieren aus meiner Sicht könnte noch benutzerfreundlicher sein es gibt teilweise Probleme mit Copy Paste und so weiter wo mühsam sind weil man nicht relativ schneller arbeiten wenn es richtig funktioniert und dann es gibt noch nicht so viele Konnektoren wie bei der Konkurrent sind im Moment 153 152 Konnektoren was gibt genau dann möchte ich aber eigentlich nicht zu lange auf den negativen Sachen umreiten sondern mehr zu den positiven die Zahl von Konnektoren wächst rasant das ist genial und ich hoffe dass Microsoft das schön weitermacht was eigentlich einzigartig ist unter diesen Tools wie gesagt zu Konkurrenz sind Konnektoren für Microsoft Applikationen das fehlt meistens bei Konkurrenz oder ist nicht so ausgerieft während sie da eigentlich schon relativ Einfache Anforderungen können schnell und kostengünstig umgesetzt werden wie gesagt Flow das ist bei vielen Lizenzen schon beinhaltet und man kann einfach loslegen um Sachen so umzusetzen ich denke jetzt die Applikationen sind im ersten Moment nicht das Ziel dass man alle business kritischen Schnittstellen mit denen ablöst sondern es geht mehr um einfache Anforderungen die im Unternehmen bestanden aber besitzt einfach aufgrund von Kostendruck und so werden weil einem Tools gefehlt haben und dort sehe ich im ersten Moment den grössten Vorteil dass man relativ schnell aufräumen mit so einfacher Prozess wie ich es hier gezeigt habe schön ist es gibt eine Mobile App für Genehmigung und für Starten von Flows das heisst ich kann mir die Genehmigung die ich vorher gemacht auf dem Board wo ich da all die Sachen habe das kann ich auch in der Mobile App abarbeiten und die Sachen genehmigen das Kopieren von formatierten Texten und so weiter das ist wesentlich einfacher wenn man eine Code Ansicht hat also das wäre in Logic Apps ist das teilweise einfacher weil man dann wirklich in der Codier Ansicht kann einen Bestandteil kopieren das hat teilweise sonst im GUI oder im Workflow Designer nicht ganz so gut geklappt und hat dazu geführt dass sie das zwei Mal haben müssen überarbeiten dann haben wir sicher noch als Riesenvorteil ist Einhorn in der Microsoft Cloud also ich habe für den ganzen Workflow den ich vorher gezeigt habe ich mich einig an Office 365 anmelden und bin je nachdem wenn ich Bewilligungen habe und Berechtigungen um die Sachen zu machen bin ich eigentlich nicht mehr gefragt worden oder habe mich nicht mehr müssen mit Logins und verschiedenen System Parameter rumschlagen das ist ein Riesenvorteil und es inspiriert wirklich dazu dass man einfach gerade mal losleitet und etwas cooles ausprobiert Gut wir sind schon langsam gegen das Ende zu ich würde da eigentlich noch gerne aufmerksam machen auf die nächste CRM Community die ist am 30. August in Rotkreuz die Infos sehen Sie hier auf dem Screen oder sicher auch auf unserer Webseite dort ist das auch das Vorderstoff und wir würden uns über Teilnahme freuen